Hey Leute, hier habe ich euch jetzt den Devcube mitgebracht. Der Devcube ist mein alter Lieblingswächter, also früher habe ich den eigentlich nur gespielt. Ist ein schon ordentlich starker Wächter und ich muss sagen, gerade für einen Anfänger ist das Ding nicht ungeeignet. Die Sache ist nur diriger, ist ein direktes Upgrade vom Devcube, aber naja. So, was kann der Devcube? Hat 200 Gesundheit, 50 Rüstung, 100 Schild. Warum das Ding eine Sprintgeschwindigkeit hat, weiß ich auch nicht. Haben das die anderen auch? Tatsächlich. Okay, auf jeden Fall, der hält schon ein bisschen was aus. Nur damit ihr gerade seht, dass ich das auch wirklich so meine. Also ich habe das Ding wirklich geliebt. Ausstattung, Wächter, Devcube, 1,1 Milliarden, also fast 1,2 Milliarden Erfahrung. Ist ja gar nicht mal so schlecht, oder? Das Ding kommt zusätzlich mit dem, mit der Death Machine Rifle, ich glaube auf Deutsch Death Maschinengewehr. Absolut schreckliche Übersetzung. Aber naja. Und das Ding ist auch eine sehr gute Waffe, auch wenn die Stats da jetzt ziemlich bescheiden aussehen. Von daher, ich kann euch nur empfehlen, probiert den Devcube mal aus. Aber ich habe es ja schon gesagt, in meinen Augen ist der Diriger ein direktes Upgrade zum Deathcube. Ähm, was für Fähigkeiten hatten das Teil? Wir können Gegner verdampfen, wenn die bis auf 4 Meter an uns rankommen, haben wir 600 Schaden. Und das hat eine Abklingzeit von 30 Sekunden. Der Schaden ist Strahlungsschaden und ich sage es mal so, stellt euch eine Grineer Mission vor. Da kommt auch andauernd diese Grineer Roller, die uns anspringen und uns rumscherwenzeln, die einem einfach nur tierisch auf die Nerven gehen. Wenn so einer nicht zu hoch ist, der Deathcube one-hitted den einfach. Also ist schon ein ganz nettes Ding. Dann schneller Tod ist halt der Angriffsmod und der hat eine 30 Meter Reichweite. Also ist auch ganz cool. Dann Beschützer kommt an erste Stelle rein, weil es ist am allerwichtigsten, dass wir überleben. Nicht der Wächter oder dass der irgendwas macht, sondern wir müssen immer überleben. Deshalb ist das an erster Stelle. Die anderen Mods, sie haben eigentlich keine Prioritätenreihenfolge und von daher ist die Reihenfolge egal. Was habe ich drin? Rüstung, Schild, Leben, Schildlader, Vakuum, damit wir Mods auf 11,5 Meter ansaugen können. Tierischer Instinkt für 30 Meter Beuteradar und 18 Meter Feindradar. Absolut geiler Mod. Und dann Anheizen. Anheizen skaliert nur, wenn wir auch Hitzeschalen auf unserer Waffe drauf haben. Entweder pur oder kombiniert. Und mit unserer Waffe meine ich die Wächterwaffe. Und das Death-Maschinengewehr hat eine 10 Sekunden Overheat-Time, 8 Sekunden Abklingzeit. Und zum Beispiel die Wullglock, die die beste Waffe in meinen Augen ist, ist instant vollgeladen und hat keine Abklingzeit. Also, ja, ziemlich cool. Was können wir hier ersetzen? Wir können Schildlader rausmachen, wir können Anheizen rausmachen. Wenn wir das nicht drin haben wollen, können wir anstelle davon auch Medistrahl reinmachen, damit minimals vor unserem Leben was hergestellt wird. Auf Inaros ist das ganz witzig. Und ansonsten könnten wir noch Erneuerung oder Primed-Erneuerung reinmachen. Wobei ich der Meinung bin, wenn der Wächter das erste Mal stirbt, würde er auch direkt das zweite, dritte, vierte Mal sterben. Von daher, für mich uninteressant. Auch mit den 11 Sekunden Unverwundbarkeit. Ihr müsst euch das so vorstellen. Der stirbt, wird revived. Und nach den 11 Sekunden ist er im späteren, im höheren Level direkt wiederwandelt. Also, im Endeffekt lebt der Wächter dann nur 33 Sekunden länger. Oder Schutzort können wir auch reinmachen. Wobei das auch im etwas höheren Bereich, das Schild ist One-Hit-Weg. Gerade noch zu Schildlader, das kann uns Überschilde geben, Schildregeneration ist erhöht. Also, ich finde das Ding eigentlich ziemlich cool. Also, ich habe ziemlich oft dadurch die Überschilde drauf, weil ich sehr, sehr selten überhaupt mal Schaden bekomme. Gut, soviel dazu. Wir springen jetzt noch kurz zum Todesstrahl und das war's auch schon. Ich hoffe, ich konnte euch hiermit helfen. Falls ja, lasst mir ein Abo und ein Like da und bis bald.